Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In dem heutigen Videobeitrag haben wir einiges zum Thema Gold zu besprechen, aber vorab bedanke ich mich bei dieser Gelegenheit für eure zahlreichen Zuschriften, unter anderem über E-Mail und auch Briefe, tatsächlich Briefe noch. Ich habe mich sehr gefreut und ich freue mich nach wie vor sehr darüber. Jedenfalls wird sehr häufig nach einer persönlichen Edelmetallberatung gefragt gegen Entgelt und so etwas lehne ich grundsätzlich ab. Alles, was man vor allem zu Gold wissen muss, ist am besten anonym bei einem renommierten respektive langjährig tätigen Edelmetallhändler vor Ort kaufen. Ja, ein Tafelgeschäft, zum Beispiel auch bei einer relativ kostengünstigen Scheideanstalt und wenn das Aufgeld irgendwo zwischen 5 und 10 Prozent auf den Börsenkurs liegt, dann macht man meines Erachtens ein gutes Geschäft. Wohl bemerkt, alles unter der Prämisse, dass man einen langfristigen Anlagehorizont hat von mindestens fünf bis zehn Jahren. Das ist wie gesagt zumindest meine Meinung und hierfür Geld zu nehmen, das wäre einfach nur eine Frechheit, eine Unverschämtheit. Und wer sich für Zahlen, Daten, Fakten, historische Hintergründe, Prognosen oder anders gesagt das ganze sozusagen schmückende Beiwerk zum Thema Edelmetalle interessiert. Ja, in meinen Büchern habe ich das alles ausführlich und leicht verständlich aufgearbeitet, beschrieben und auch mit umfangreichen Quellen belegt. So viel zum Einstieg oder so wenig. Wir kommen nun zur aktuellen Preisentwicklung beim Gold. Auf Eurobasis ist erkennbar, dass der seit Anfang Mai etablierter Abwärtstrend unlängst durchbrochen wurde. Aber wie zu erwarten war, ist der Goldpreis dann auch zunächst wieder gefallen. Ja, überhaupt fällt es im Großen und Ganzen an den Märkten immer zwei bis dreimal schneller als es steigt. Aber das nur nebenbei. Insofern der Goldpreis jetzt aber nachhaltig oberhalb von 1.810 Euro notiert, dann ist mit einer neuen Aufwärtsdynamik zu rechnen. Und es könnten uns dann auch noch in diesem Jahr neue Höchststände erwarten. Und auf Dollarbasis kommt es jetzt darauf an, dass der Goldpreis nicht nachhaltig unter 1.915 US-Dollar fällt. Denn der viermonatige Abwärtstrend muss verlassen werden, damit Kurse oberhalb von 2.000 US-Dollar realistisch werden. Mit anderen Worten ist mit einer neuen Aufwärtsdynamik ab etwa 2.000 US-Dollar zu rechnen. Zusammengefasst sollten also jetzt die wichtigen Marken von 1.800 Euro respektive 2.000 US-Dollar charttechnisch im Blick behalten werden. Und ansonsten ist zu sagen, dass die Marktstimmung noch immer relativ neutral ist. Und die Aufgelder betragen aktuell durchschnittlich rund 5 Prozent pro unser Gold und rund 3 Prozent pro 100 Gramm Goldbarren. Ja, wie gesagt, im Durchschnitt. Jedenfalls ist es wirklich viel sagen, dass die staatlichen Käufer auf dem Goldmarkt weiterhin sehr aktiv sind. So hat unter anderem die chinesische Zentralbank im August weitere 29 Tonnen Gold gekauft und hat damit ihre Goldreserven allein in den vergangenen zehn Monaten bereits um über 217 Tonnen Gold aufgestockt. Ja, ganz nach der Devise raus aus dem US-Dollar und rein ins Gold. Und auch Polen hat zuletzt über 22 Tonnen Gold gekauft, wohingegen aber die Bank für internationalen Zahlungsausgleich, die BIZ, rund 75 Tonnen Gold abgestoßen hat. Unter dem Strich ist das also eine Umverteilung sozusagen. Denn wenn man von Goldkäufen spricht, dann kann man auch ebenso von Goldverkäufen sprechen. Jedenfalls erklären die weltweiten Zentralbanken einer Studie des World Gold Councils zufolge, dass sie ihre Goldreserven unter anderem zu dem Zweck halten und aufstocken, weil Gold Sicherheit in Krisenzeiten verspricht. Allerdings sollte man meines Erachtens bei der BIZ als Bank der Zentralbanken grundsätzlich vorsichtig sein. Ich für meinen Teil vertraue ihr nicht wirklich, weil sie ihre Zahlen nämlich ganz bewusst kompliziert gestaltet, sodass man bisweilen sogar spekulieren muss, was da eigentlich in der Bilanz steht. Und vergessen wir auch nicht, dass die BIZ einst gewissermaßen das Raubgold der Nazis legalisierte und unter anderem JP Morgan zu ihren Gründern gehört. Die Hochfinanz, um das auf den Punkt zu bringen, die Hochfinanz kennt seit jeher keine Moral. Aber bleiben wir beim Privatanleger. Alles Wesentliche zu Gold, aber auch zu Silber, Platin und Palladium als Wertanlagen. Das erfahrt ihr ausführlich und leicht verständlich in meinem Buch das Abenteuer Edelmetalle. Wie gesagt, das ganze schmückende Ballwerk sozusagen. Ja, zum Thema Edelmetalle. Genau. Einstweilen, wenn ihr noch mehr Videos von mir sehen und ihr meine Arbeit hier auf YouTube unterstützen möchtet, dann abonniert jetzt diesen YouTube-Kanal. Das hilft mir wirklich sehr, weiter weiterzumachen und noch sehr viel mehr Videos für euch zu machen. Genauso, wenn ihr diesem Video einen Daumen nach oben gebt. Und in jedem Fall sehen wir uns sehr gerne im nächsten Video wieder. Euch alles erdenklich Gute. Habt eine tolle Zeit. Auf bald!